Vielen Dank. Willem, ich heff doch, Kinders. Böder, Mais. Ja, ja, ja. Ich heff sie, wir wollen nicht sehen. Go, Dach, El. Seckold, du hättest dich doch weiter in Kraft. Du hättest doch weiter in den Zettel. Hättest du mir den Anerländs erzählen, dass du da nur rum wolltest? Wann wär das denn wegen? Na, Ergüstern. Das kommt gar nicht rein. Ergüstern weg in Franhof, wo der Wastelkornig in Rebellt hält. Ja. Ja, und ich heff da im Kastlegen und heff den Wastelkornig Tau hört. Mieeeel, wie konnte man sein Beidsgitern hören? Eeeeee, 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 eeeeee.